Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, sage mal, wo bleibst denn du und was ist denn das überhaupt? Und überhaupt stehe ich hier seit einer halben Stunde im Schnee und es ist kalt und du kommst nicht bei und das haben wir doch so ausgemacht. Ich muss erst Winterreifen aufziehen. Es schneit. Wo ist denn deine Maske? Hm? Maskenpflicht. Die habe ich daheim vergessen. Vergessen? Es gibt Gesichter, da gehört schon bei der Geburt die Maskenpflicht eingeführt. Also das ist ja unverschämt. Aber ich habe es gewusst, ich habe eine Frauenmaske für dich dabei. Danke. Und was ist der Unterschied zwischen einer Frauen- und einer Männermaske? Die Frauenmaske hat einen Schmiernippel. Für was brauche ich denn einen Schmiernippel? Damit die Sprechgelenke ständig geölt werden. Das ist ja eine unverschämt. So, rasch, rasch, der Tag ist kurz. Ja, ja. Was best. Tschüss. dates. Jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zieh die Schuhe an und mach holz. Heute ist für mich ein schlimmer Tag, die Schwiegermutter uns besuchen mag. Ein Punkt, da nur hin vor der Gefahr. Da plötzlich fängt's so schneiend an, dass niemand auf sein Kunststück kam. Das Glücksgefühl war nur von kurz an der Ruhe an. Zieh die Schuhe an, zieh die Schuhe an. Zieh die Schuhe an, zieh die Schuhe an und schimp schimp. Die Schuhe an, zieh die Schuhe an und schimp. Vielleicht bleibt's nicht meine Frau. Nein, nein, heut liegt's schon wieder blau. Die Wäschkörper gewaschen und gebügelt. Zieh die Schuhe aus, zieh die Schuhe aus. Zieh die Schuhe aus, zieh die Schuhe aus und bleib da hell.